Sehr geehrte Damen und Herren, in dieser Einheit möchte ich Ihnen vier zentrale Themen der Green Production Philosophie in Erhe bringen. Zum einen werden wir über Rohstoffe und Energieverbräuche und Strategien zu deren Minimierung sprechen. Zum zweiten kann konkreter werden die sogenannte Energiewertstromanalyse zum Thema machen. Damit man hier die Effekte einer neuen Änderung, einer Neugestaltung des Produktionssystems erkennen kann, brauche ich natürlich Kennzahlen, um das Ganze langfristig zu bewerten. Und zu guter Letzt ein neuer Aspekt, das Design Cradle to Cradle, von der Wiege zu Wiege, sollte uns in Zukunft bei der Produktentwicklung beschäftigen. Ich möchte mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Franz Haas, ich bin Professor für Fertigungstechnik und Institutsleiter an der TU Graz und auch Dekan der Fakultät für Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften. Noch niemals zuvor in der Wirtschaftsgeschichte hatten Rohstoffe und Energie eine so große strategische Bedeutung wie heute. Welche Handlungsoptionen haben wir nun, insbesondere das Management, um eben damit sehr gut umzugehen, diese extremen Steigerungen in den Preisen für Rohstoffe und Energie zu bewältigen? Zunächst einmal die Frage, was ist eigentlich ein Rohstoff? Rohstoffe fassen als Überbegriff unterschiedliche Inputs für ein Produktionssystem zusammen. Im engeren Sinn sind es Erze und Industriematerialien, auch Baumaterialien, im weiteren Sinne auch Biomasse und leider auch meist fossile Energieträger. Stoffe, die zwar nur in geringen Mengen in den Produkten sich wiederfinden und dort eingesetzt werden, aber letztlich unverzichtbar sind, zum Beispiel seltene Erden in den Permanentmagneten in unseren Elektromotoren, Silizium in den Halbleitern, Wolfram in Schneidstoffen, werden als strategische oder kritische Rohstoffe bezeichnet. Die Nachfrage nach Rohstoffen war nicht immer so groß und so hoch wie heute, sondern eigentlich erst ab den 2000er Jahren begann der ganz große Anstieg und damit sich auch die Entwicklung der Rohstoffpreise eher ungünstig abzuzeichnen. Gleichzeitig ergibt sich auch bei diesem Trend ein Unterschied in den Regionen und natürlich auch in den Wachstumsraten. Folgende Handlungsoptionen stehen nun für die Strategie Findung zur Verfügung. Auf der Energieseite sind es auf den Punkt gebracht nachhaltige Energieerzeugung und energieeffiziente Verfahren und Prozesse. Auf der Rohstoffseite bringen Materialeinsparung durch verbesserte Oberflächenbehandlung, Verringerung der Ausschussquote durch Prüfung der Materialqualität, der viel beschriebene Leichtbau in der Konstruktion, die Topologieoptimierung von Bauteilen ein enormes Potenzial. Weitere Ansatzpunkte sind die Erhöhung der Stabilität der Produkte, also die Langlebigkeit der Produkte und ein systematisches Recycling in der schon beschriebenen Kreislaufwirtschaft umsetzt. Nach diesem eher allgemeinen, strategisch orientierten Teil nun zur Energiewertstromanalyse. Die Wertstrommethode als Kernelement des Lean Production wird hier also um die Perspektive des Energieverbrauchs erweitert. Die Energiewertströme werden somit systematisch erfasst. Verschiedene Messgeräte, Innenanlagen, aber auch externe Geräte stehen hier zur Verfügung und nach diesem Analyseschritt, dem ersten Schritt, kann ich jetzt ein Sollkonzept entwickeln und da kann man sich nach acht Gestaltungsrichtlinien orientieren. Man kommt so, wenn man diese berücksichtigt hat, zu einem Energiewertstromdesign, das letztlich im zentralen und wichtigsten Punkt auch umgesetzt wird. Nun zu diesen acht Gestaltungsrichtlinien. Nummer eins, die richtige Dimensionierung. Es geht darum, die Betriebsmittel so auszulegen, dass der Produktionstakt mit minimaler Energieintensität dem Kundentakt entspricht. Einfacher gesagt, die Anlage ist so auszulegen und so zu dimensionieren, dass sie exakt den Bedürfnissen entspricht, auf keinen Fall überdimensioniert ist. Zweiter Punkt, Effizienzsteigerung. Reduzierung des Energiebedarfes erfolgt hier, indem man die Betriebsmittel im Normalbetrieb durch technische Verbesserungen so betreibt, dass dieser Energiebedarf auch sinken kann. Zum Beispiel durch die Gestaltung in dieser Art und Weise, dass geringere Reibungsverluste auftreten, dass vor allem durch Isolierung Wärmeverluste oder andere nachteilige Effekte unterbunden werden. Dritter Punkt, das ist ganz pragmatisch. Produktionsunterbrechungen vermeiden. Minimierung des Energieverbrauchs also während des Wartemodus. Weiterer vierter Punkt, Abschaltung. Hier geht es darum, dass während des Abschaltens im Standby-Betrieb der Energieverbrauch gering ist und vor allem auch während des Wiederhochfahrens und dann des Runterfahrens der Anlagen eben hier Energieverbräuche reduziert werden und vor allem auch Spitzen vermieden werden. Ein zentraler Punkt ist auch der Punkt Nummer fünf, betrifft vielleicht auch Abwärmenutzung, Mehrfachnutzung des Energieeinsatzes, die Wärme- und Energierückgewinnung. Der Punkt sechs wurde auch schon kurz angesprochen, beim Ein- und Ausschalten Spitzenlastausgleich. Es muss doch gelingen, beim Hochfahren beispielsweise nicht alle Werkzeugspindeln einer Produktionsanlage gleichzeitig oder nicht alle Öfen gleichzeitig hochzufahren, um so in einen Spitzentarif zu kommen bzw. Netze, die die Energie zur Verfügung stellen, zu überlasten. Der vorletzte Punkt, die Produktionsreihenfolge. Da geht es ein bisschen auch um die Logistik in einer Produktionseinrichtung, in einer Fabrik. Festlegung einer energieoptimalen Abarbeitungsreihenfolge, sodass ein Variantenwechsel, und das brauchen wir heutzutage durch agile Produktionsnotwendigkeiten, dass durch diesen Variantenwechsel ein zusätzlicher Energieverbrauch minimiert wird oder gar nicht entsteht. Und der letzte Punkt, die Energiewandlung. Das heißt, Synchronisation von Energiebereitstellung und Energieverbrauch mit möglichst geringen Verteilungsverlusten. Ja, wenn man das alles vorhanden hat, dann kann man auch ein Energiemanagementsystem, zum Beispiel auch standardisiert nach der DIN EN 50.000 einführen und diese Methodik nicht nur einmal vielfach anwenden und stets weiter verbessern. Die identifizierten Maßnahmen sind hinsichtlich Nutzen und Aufwand stets zu bewerten und zu priorisieren. Na, wie kann ich das denn machen? Ich brauche hier Kennzahlen, um eben die Ressourceneffizienz zu bewerten. Und das ist jetzt der nächste und dritte Punkt dieser Einheit. Alle Maßnahmen zur Verbesserung der Ressourceneffizienz sollten zur Sicherung der Zielerreichung stets überwacht werden. Die Effizienz eines Prozesses oder einer Produktionsmaschine definiert sich dabei als das Verhältnis zwischen dem erzielten Nutzen, also der Leistung der Anlage, und dem dazu eingesetzten Aufwand. Die Effizienz kann daher nur bei genauer Kenntnis sowohl des Nutzens als auch der Aufwandsseite zuverlässig ermittelt werden. Man unterscheidet zwischen absoluten und relativen Kennzahlen. Um objektive Aussagen zu treffen, sind diese relativen Kennzahlen sehr wichtig. So kann eben der absolute Verbrauch an Ressourcen, die Wirkgröße, ins Verhältnis gesetzt werden zu einer Bezugsgröße, zum Beispiel der Produktionsmenge. Und das für einen bestimmten Zeitabschnitt. Damit hat man eine objektive vergleichbare Größe. Es empfiehlt sich die Darstellung in Form von Zeitreihen, um den Fortschritt der Zielerreichung zu veranschaulichen. Es muss auch durch richtige Wahl der Bilanzgrenzen vermieden werden, dass es zu einer Verlagerung der Ressourcenverbräuche kommt und man scheinbar eine Verbesserung erwirkt hat, aber letztlich mit einer Verbesserung auf der einen Seite eine Verlagerung der Verbräuche in angrenzende Lebensphasen eines Produktes bewirkt hat. Zum Beispiel man verschiebt den Energieverbrauch von der Produktion in die Nutzung oder vielleicht sogar in die Entsorgung. Für Vergleiche eignet sich auch die Berechnung von Äquivalenten, sehr bekannt der Carbon Footprint, bei denen das Schädigungspotenzial einer bestimmten Maßnahme in jenes Potenzial von CO2 umgerechnet wird. Als neue Kennzahl ist auch zu erwähnen der sogenannte Electrical Energy Consumption Indicator, ein relativ langer, sperriger Begriff, der zeigt, dass man verschiedene Produktionsprozesse miteinander vergleichen kann, aber auch Anlagen vergleichen kann. Das heißt, ich kann mithilfe dieses dimensionslosen Wertes unterscheiden oder vergleichen, ob ein bestimmtes Produkt durch Umformen, durch Zerspannen oder durch den 3D-Druck ideal hergestellt werden kann. Wenn ich nun die ganzen Kennzahlen habe, ein Energiemanagementsystem habe, dann ist es schon viel leichter, die Kreislaufwirtschaft, das Prinzip Cradle to Cradle, von der Wiege bis zur Wiege, in die Realität zu bringen. Das heißt, es wird ein Kreislauf der Technik, dem biologischen Kreislauf, nachempfunden. Man verabschiedet sich vom linearen Denken des Produzierens und Entsorgens hin zum Cradle to Cradle-Prinzip, das vor allem für das Design die großen Herausforderungen bringt. Das Cradle to Cradle-Design macht somit den heutigen Abfallbegriff überflüssig. Im Kontext zur Kreislaufwirtschaft sei es auch notwendig, auf den von William Stanley Jevons beschriebenen Rebound-Effekt zu verweisen. Der sagt nämlich, dass ein reduzierter Ressourcenverbrauch pro Einheit nicht zwingend in der Produktion langfristig zu Einsparungen führt, wenn frei werdende Ressourcen dann plötzlich für mehr Produktion eingesetzt werden oder auch in andere, weitere Produkte fließt. Damit ist sozusagen im globalen Sinn nichts erreicht. Es gibt auch Cradle to Cradle-Prinzipien. Erstes Prinzip, alles ist Nährstoff. Zweites Prinzip, Nutzung von Solarenergie, wo immer es nur geht. Drittes Prinzip, Förderung von Vielfalt. Das kommt uns ja allen entgegen. Insbesondere die Sonne als Energieträger wird für uns immer wichtiger. Sie könnte die Menschheit zehntausendfach versorgen. Biologische Kreisläufe sind für Verbrauchsgüter umsetzbar, die zur vollständigen Rückkehr in die Umwelt angelegt sind und so wiederum zu Nährstoffen werden. Beispiele solcher Produkte sind Reinigungsmittel, Verpackungen, Bremsbeläge, Kleidung und anderes mehr. Der technische Kreislauf, der technische Stoffwechsel ist somit ein Modell für Industriesysteme, die wertvolle Materialien in geschlossenen Kreisläufen zur Nutzung, Wiedergewinnung und Reproduktion zirkulieren lassen. Der technische Metabolismus ist dem biologischen Stoffwechsel exakt nachgebildet. Ein technischer Nährstoff ist beispielsweise ein Metall, als neuer Rohstoff für langfristige Nutzung in einer Vielfalt von Gebrauchsgütern. Nun haben wir vier Bereiche der Green Production Philosophie kennengelernt und zu guter Letzt auch verinnerlicht, wie Cradle to Cradle funktionieren kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.